Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch im Marschkrimi. Ja, ich hab noch ein bisschen jetzt die Marsch angemacht. Es war ja Map-Update. 2.3, ne? Ja, ich hab auch geupdatet. Bei mir hat's geklappt mit diesem Konverter und was da alle ist. Deswegen wollte ich's jetzt noch ausprobieren. Aber bei mir hat das alles geklappt. Bei mir ist alles noch da. Ja, auch in der Produktion sind noch die Wartungen da. Es ist noch da. Ich find's, am Anfang ist es nicht... Oh, wir müssen ihn mal lassen. Ich muss zur Zuckerfabrik. Ist es nicht so einfach erklärt, also noch nicht erklärt, wie man das macht. Man kann das ja auf der Homepage schon fett runterladen, ne? Geht da drauf. Da ist das auch von Achim. Mobil heißt er, glaub ich, richtig, ne? Ist, äh, wie heißt es? Sag mal schnell. Ne, ich muss hier hin. Ist das ja auch der Mod da, um das Save-Game zu konvertieren? Ne? Also, dat ist ja alles da, aber ich... Ja, ihr kennt's. Wenn Svenny das hinkriegt, ne? Dann kriegt ihr das auch hin. Dat ist ja wohl, äh, nicht das Problem, ne? Ich hab's hingekriegt. Dann schafft ihr das auch, oder? Sicher. Jedenfalls, bei mir geht's. Ihr habt's gesehen. Es läuft noch alles. Keine Probleme mit Save-Game. Nix. Ich bin top zufrieden. Und alles ist noch da, wie es da ist. Seid sein sollte, ne? Dat ist ja für mich schon mal der Größte. Das Größte, ne? Dass ich... Wie heißt es? Nicht hier nur einen Spielstand anfangen muss. Oder dies und das. Diese Map-Converter, oder diesen Save-Game-Converter, solltet ihr behalten, ne? Wenn ihr bei Fett aufmerksam zugehört habt, kann sein, dass da nochmal wieder was kommt. Das ist ja mit diesem... Ja, wie sagt man hier? Damit auch anderssprachige Mapper oder Modder mit diesem komischen Schickraum da alle fertig kommen, ne? Ist ja nicht mehr hier so. Nur deutschsprachig ist er jetzt hier wohl international special time, ne? Also von da her. Aber es geht, ne? Es ist auch nicht so schwer. Wenn ihr euch das runterladet, geht das alles. Wenn ich das hinkriege, habe ich euch schon gerade gesagt, ne? Dann solltet ihr das auch hinkriegen. Und ich habe es ohne Anleitung hingekriegt im Video, dass ich sehen kann, wie das funktioniert, ne? War halt nicht so einfach, das Save-Game zu extrahieren, aber... Ich habe es hingekriegt. Ich habe mir auch von meinem Save-Game vorher eine Sicherheitskopie gemacht, aber dann ist mir auch eingefallen... Du Sveni, jetzt hast du wieder das Map-Update drinne. Dann bringt ihr da ein Save-Game, wenn du es hast. Es ist ja gar nichts, weißt du? Aber egal, es hat geklappt. Ich bin zufrieden. Deswegen wollte ich jetzt noch ein bisschen Marsch machen. Hier noch ein bisschen vorantreiben. Wir gucken gleich mal, was Neues gibt. Ich habe ein Gewächshaus gesehen. Also beim Fett im Video. Ich gucke den Kanal. Ich bin da auch Supporter. Ich stehe dazu. Von mir gibt es 5 Euro im Monat, aber ich finde, er hat es auch verdient, ne? Also es ist ja nicht so, dass er dann nichts macht, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ich bin da halt Kanalmitglied. Und ich finde das cool, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass mir die Marsch mal so viel Spaß macht. Ich habe die immer gerne geguckt, aber nie selber gespielt. Deswegen. Wir müssen das hier leider erstmal alle umtragen, ne? Ich könnte das auch eben mit einem LKW machen, aber... Bis der hier ist, der ganze Diesel und dort und jedes... Ne, Muck wie eben so. Dass das hier weiterläuft. Irgendwas hat hier die ganze Zeit durchgeplinkt, ne? Aber wir müssen das eben umtragen. Wir haben ja noch Zeit, dass wir Sorgumhese wieder kriegen, ne? Das ist alle nicht so einfach. Mit dem Business hier. Haben wir ja sofort geschafft. Wir brauchen eigentlich Sorgumhese. Aber ich habe ja auch welche gesät. Aber bis die reif ist... Eigentlich brauchen wir auch noch Schafe und so, ne? Aber wir haben ja jetzt erstmal ein Feld gekauft. Und eigentlich ist er noch... Äh... Hier... 400.000 oder was, habe ich gesagt, ne? Wir können zwar noch Kredit aufnehmen... Aber... Weiß ich noch nicht. Kommt mir bestimmt in einer stillen Stunde irgendwann. Aber ich würde ganz gerne so ein Gewächshaus wahrscheinlich ausprobieren. Wenn wir so ein Zeug schon haben, dann könnten wir nämlich noch hinten an den Hof hinsetzen. Da war ja diese komische Fläche. Aber wir brauchen auch noch ein Baumwollenter. Ich weiß nicht, ob das mit Mieten so cool ist. Wir werden wohl ein bisschen mehr ins Baumwoll-Business noch einsteigen müssen. Ich schätze, wenn wir Leder haben... Dass die Baumwollstoffe sich wahrscheinlich dann auch irgendwie mal verarbeiten werden, ne? Und... Ja, das ist das Business, wo wir auch Geld mitverdienen müssen, ne? Es kommt ja Schwung in die Sache. Ja, wir können das hinterher alles easy peasy zurückzahlen. Von daher läuft der Laden. So, du wartest, ne? Ja, du hast gerade gar nichts zu tun. Du kannst mal an. Ah, nee. Warte mal, eben. Gang raus. Stein noch mal aus, Svenny. Genau. Er. Oh, nee. Er. Reparieren. Ja. Reparieren. Ja. Ja. So, der läuft schon mal, ne? So, rausgehobst. Wann kommen sie jetzt draußen? Nee. Zur Abflug. Der soll zu 540. Dass der da ein Stüssel ist. Vorder mal hin, mein kleiner Freund und Kupferstecher, ne? Wenn was ist, nicht Bescheid sagen. Ich hab nicht so viel Zeit gerade. Der mäht jetzt hier, fällt 41. Der soll mich fahren. Oh, ist voll. Jetzt schicken wir den eben rüber. Hast du einen Gang drinnen? Handbremsehaut. Wieso hast du den rückwitz gegangen? Ja. Andere Baustelle. Du fährst mit Molkerei. 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 Wo bist du denn da? Da musst du hinfahren. Kannst du nochmal abliefern den Schwung. Dann können wir dich nochmal nachher, obwohl du kannst gleich nochmal zur Raffinerie fahren, ne? Wenn du Bock hast, kannst du da auch gleich noch hinfahren, ne? Wenn du Bock hast. Na, das läuft ja schon wieder Premium hier, ne? Irgendwas ist hier immer... Oh, oh, ich darf... Ich hab ihn nicht runtergelassen, kann das sein? Das Gerät ist nicht angewählt, oder? Dann kann das hier auch nicht klappen. Mann, Mann, Mann! Helfen wir ihm kurz ein Stück. Dann kann er gleich weiter selber fahren. Dann leg ich den mal noch hier. So, jetzt kannst du, glaube ich, weitermachen, wa? Ich hab ja auch noch andere Sachen zu tun. Und ich hab die Kopfhörer so laut. Hier, der ist auch mal in Einsatz. Fällt 64 düng, ne? Richtig Premium. Endlich mal wieder eine Aufgabe für unseren kleinen 800er. Der wartet. Die müssten aber auch fast durch sein. Der ist hier am Pressen. Äh, fällt 40. Okay. Das läuft gut mit dem Tatra. Nicht immer. Wo fährst du eigentlich lang? Ah, das ist der Aggro-Truck. Heider, nein. Da hab ich gestern schon einen Affen bei gekriegt. Ja, ah, ich will da einsteigen. Mann, jetzt muss ich wieder von vorne durchsäppen. Ja, die LKWs, die haben es im Moment nicht einfach, du. Das zeig ich dir. Halt doch mal an. So, jetzt mach ich weiter. Wenn nicht läuft, dann läuft nicht. Ja, der macht seinen Job. Der kommt bald wieder. Ja, der hat die Grasballen mit reingemacht, ne? Ich krieg' nen Föhn. Oh, du bist da. Das ist Premium. Der Reich hängt schon dahinter. Machen wir eher ne Runde. Obwohl, ich glaub' die Rutsche. BGA, ne? Oder? Ja, BGA, glaub' ich. Die anderen werden noch verkauft. Ich schätze, mein Lager ist so gut wie voll. Wir schmeißen die jetzt in die BGA. Ja, der klingt noch ein Plan, Svenny. Da hast du was von. Dann müssen wir zum Unimog. Dieser fährt noch mal zu Feld 47. Sind noch ein paar Leckes. Aber guckt euch an, wie voll unser Lager da hinten ist. Also, Leute, Leute, Leute. Das hat echt was gegeben. Das zack euch. Also, diese Ballen-Mission unterschätzt die nicht. Das ist richtig Geld. Und es bleibt richtig immer schick was über. Das sollte man nicht verachten. Deswegen immer machen. Alle mit dem Gas geben machen. Ganz ehrlich. Oh, ich seh nix, ne? Jetzt seh ich wieder was. So, die legen wir nämlich jetzt hier dran. Dann kann ich die schön wegschnapulieren, wenn er da Bock drauf hat. Ja, wenn du was siehst. Alter, nein, ey. Das geht schon wieder richtig gut los. Aber mehr will er nicht. Oh, nimm sie es. Oh, ey. Nee, sagt mal lieber nix. Ich sag ja auch nix, ne? Bei deiner Mutter ist mein Körper. Warte, das kann's nicht sein, ne? Der ist fleißig am Grubbern, ne? Der steht hier rum. Der kriegt Zucker rüber rein. Nix, Weizen. Obwohl du kannst nachher nur rutschen. Dings vorn. Mach noch mal voll. Wir haben ja auch noch was in Ruder. Dann fährst du noch mal zur Zuckerfabrik abladen. Abliefern. So, da musst du ja doch mal hin. Im Ruder ist ja auch noch was drin. Kann er auch gleich noch wegbringen. Fahr mal los. Den wollte ich. Die Ballen verkaufen wir jetzt. Wir haben zu viele. Wir brauchen ja auch ein bisschen Geld. Zack. Ha! Das hat mal Kohle gegeben. So, du fährst mir jetzt Gang raus. So, Feld 40. Ne, hier brauchen wir nicht mehr hin. Feld 40. Da fahr mal hin. Voll langsam. Kommt schnell an. Den habe ich da immer noch stehen. Die sind auch bald fertig. Hoffe ich. So, du bist... Ah, du musst zu Feld 41. Ich bin Pflücker. Komm, ich fordere eben selber rum. Alter, Alter. Habe ich nicht aufgepasst, ne? Und dann gucken wir nach, was alles neu ist. Ich habe noch keinen Plan. Und... Ich habe nur bis jetzt Gewächshaus gesehen, ne? Einige Sachen sind, glaube ich, angepasst worden. Habe ich gehört oder so. Wie gesagt, ich habe es geschafft mit diesem Map... Oder mit dem Safegang-Konvertierer oder wie sich das da alles schimpft. Dann werdet ihr das locker auch hinkriegen. Ihr seid da alle gewiefter wie Svenny. Ihr habt nicht diese Defizite wie ich. Ich muss das nochmal sehen, damit ich das verstehe. Ich habe es so hingekriegt. Also... Kein Plan. Und Safegang läuft. Sonst wäre die Wartung weg, ne? Und einige Produkte. Den Sprinter von Achim Bumbiel habe ich mit reingenommen. Falls ihn jemand kennt, sagt ihm mal... Vielen Dank und liebe Grüße, ne? Dass er sich hier auch die Arbeit immer macht, ne? Und dann... Hier mit einer Marsch rumschraubt. So ein dies und das und jenes macht, ne? Sagt ihm mal vielen Dank. Unbekannterweise. Ja. Aber trotzdem, ich finde, man sollte auch mal Danke sagen, ne? Ähm. Ja. Genau. Wir wollten ja jetzt gleich reingucken, ne? Ceringon ist ja noch fleißig am Nähen. Können wir auch jetzt anstellen, wenn der hier fettig ist. Ja, das ist halt so ein Ding. Feld 40. Ja. John Deere fährt noch einmal zu Feld 47. Dann kann er die Belgesdorf wegholen. Äh. An 61, ne? Genau. Was soll ich da großartig gegen sagen? Das läuft wirklich. Lohndienstleistung auf Feld 34. Yeah. Chickochen. Premium 5000. Das läuft. Okay. Ja, den stellen wir hier hin. Kriegst du beim Kurs rein, eh? Nicht, dass ich das wieder verbunden soll. Feld 41, haben wir gesagt, ne? Feld 41. Gut. Guter Junge. Was mach ich denn hier? Ja, doch. Ist doch richtig. Feld 41. Wenden. Kurs laden, aktivieren. Das ist schon mal richtig. Das läuft. Der gibt Gas. Hier müssen wir eben Motor anschmeißen. Ach so. Kupplung treten hat Vorteil, ne? Du sollst ausladen. Ich hab doch eh gedrückt, man. Dann fährst du mir mal eben zur Raffinerie. Wo ist sie? Weißt du das? Ja, fahr mal abladen. Da kannst du ruhig hinfahren. Du hast doch gerade Zeit, ne? Tank ist noch voll. Handbremse raus. Molkerei hat ja erstmal wieder Stoff. Ja. Oh Mann, ey. Es geht nicht Schlag auf Schlag. Und wir haben immer noch nicht nachgeguckt, was jetzt neu ist. Komm, wir müssen jetzt erst nachgucken. Hier, bauen. Ich hab gesehen, die Produktion. Plantagen. Ne, dann ist hier. Das ist neu. Ne? Das soll wohl richtig cool sein. Ich möchte das jetzt nicht aus Versehen platzieren. Deswegen. Da. Das weiß ich schon. Ich weiß nicht, was sonst noch neu ist. Das ist, äh, Fabriken. Ne. Dürfte eigentlich nichts neu sein, ne? Zumindest nicht, dass mir da... Das ist die Bäckerei, ne? Brauerei. Düngerherstellung. Fermente. Fischer. Das ist Futterfäure. Heuerherstellung. Holzfäller. Das ist Käserei, ne? Kalbwerk. Kieswerk. Kleewerk. Das sind diese anderen Komposter. Labor. Malzfabrik. Du bist. Mähfabrik. Molkerei. Ölmühle, ne? Plantagen. Ach ja, hier die beiden sind dazu gekommen, ne? Mirabellen und Dingsboms. Du bist Pelletsfabrik. Raffinerie. Das ist Saatgutherstellung. Sägewerk. Das ist... Schlachterei haben wir. Separator, ne? Textilfabrik haben wir. Tischlerei. Werkstatt. Zettstofffabrik. Zementwerk. Zuckerfabrik. Ne, dann ist so nichts Neues mehr dazu gekommen, was ich... nicht wüsste. Tiere. Müssen wir auch eben nachgucken, ne? Da sind die beiden. Da hat er, glaube ich, nichts dran gemerkt, ne? Schweine hat er in den Stall gemacht. Da, Riesending. Schafe. Ja, da, die beiden. Hühner waren eh, ne? Ja, da. Guck, diese beiden Ställe sind noch da. So, das ist so das, was ich weiß. Liebe Leute. Und halt dieses Update, dass die Dinger da richtig sind, ne? Aber, liebe Leute, ich sage jetzt erst mal danke fürs Zugucken, bis ihr hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.